Moin Moin liebe PuroStuffArmy und willkommen zum Unboxing der vierten und fünften Staffel von Game of Thrones. What the fuck? Ah nein Spaß! Viertes und fünftes Paket ist jetzt da. Also ist schon die ganze Zeit da. Aber ich werde es jetzt unboxen, weil es von der Zeit her perfekt ist. Aber das geht nur, wenn ich nach dem Intro nicht mehr so viel Scheiße labere. Ist das. So, dann machen wir das mal auf hier. Ich habe hier mein schönes Messerschill. So, da ist es. So scharf. Ich glaube wir sollten es mal beschleunigen. Moment. So, ich habe jetzt ein etwas größeres Messer geholt. So, da haben wir es. Ich mache mal so, sonst habe ich keine Kraft hier drauf. So, und alles kaputt. Okay, perfekt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hahaha. Da hätten wir 48 Mal das Scala 5 Konzert original verschweißt und verpackt im Doppelpack. Ah, ein Viererpack sogar. Nice. 48, okay. Und nächster Karton. Genau. Da ist er ja schon. Was haben wir denn hier drin? Der ist so leer irgendwie. Ach. Wieder unsere Kollegen hier. Vier Päckchen. Können wir ja gleich hier auf den... Ne, den packen wir auch nicht auf den Stapel. Erstmal hier vorne hin. Wieder... Vier... So, das sind dann schon acht. Und... Nochmal vier. Sind dann zwölf. Und hier ein römisches Licht. Ein einzelnes, ja, what the fuck. Dann... Pyroshort. Knatter-Sirene. Die habe ich hundertprozentig nicht bestellt. Also handelt es sich hierbei... Hierbei... Um einen Gratisartikel. Und das ist schon ziemlich crazy. Crackling Cartridges. Nice. Hier ist aber schon das aktuelle Logo. Noi. Die ich jetzt erst. Aber ist trotzdem älter. Auch richtig geil. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das magische Licht da. Das habe ich auch nicht bestellt. Blitzer Star. Crackling und Knall. Und die ganzen anderen Sachen. Das dauert das Video zu lange. Gut, dann gibt es jetzt wieder eine Mini-Gesamtübersicht. Und... Ja. Bis. So, da hätten wir jetzt einmal die 48 große Pfeif-Konzerte. Dann die Pyromax Lady Cracker. Dann das Pyroshort Knatter-Sirene. Und die magischen Lichter von Keller. Und hier noch das römische Licht. Yeah. Das war's mit dem Video. Bis dann. Und bleibt dran. Schaltet wieder beim nächsten Karton ein. Ciao, Leute. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bis zum nächsten Mal.